Hier ist WBCQ mit dem World's Last Chance Radioprogramm für Euch aus Monticello, Maine, USA. Seit fast 2000 Jahren warten alle Christen auf die Wiederkunft des Erlösers und auf sein ewiges Königreich. Vieles in unserer Welt deutet darauf hin, dass wir uns dieser Zeit mit großen Schritten nähern. Schaltet das World's Last Chance Radio ein, um zu erfahren, wie Ihr Euch auf die bevorstehenden Ereignisse geistlich vorbereiten könnt. WLC Radio. Bereitet Euch auf die bevorstehende Wiederkunft des Erlöses und auf Yahuas irdisches Königreich vor. Hallo und herzlich willkommen zum WLC Radio. Ich bin Euer Moderator Michael. Und ich bin Matthias. Schön, dass Ihr wieder eingeschaltet habt. Ich denke, wir alle haben Probleme, die Stress verursachen. Egal, ob es dabei um die Familie geht, um gesundheitliche Fragen, Ärger am Arbeitsplatz oder die Folgen falscher Entscheidungen. Es gibt Probleme, bei denen wir nicht immer wissen, wie wir sie lösen können. Die gute Nachricht lautet, dass die Bibel Grundsätze und Prinzipien für alle Lebenslagen bereithält, die uns Weisheit, Kraft und Hoffnung schenken. Heute wollen wir Euch aufzeigen, welche das sind und wie wir sie in der Praxis anwenden können. Als ich noch etwas jünger war, dachte ich oft, dass ich nur ein bestimmtes Hindernis überwinden müsste, damit das Leben einfacher wäre. An der Uni ging es darum, die Kurse so gut wie möglich zu bestehen, damit ich danach einen guten Job finden könnte. Danach ging es darum, diesen Job zu finden und sich in diesen einzuarbeiten. Und dann war es, tja, was auch immer. Es ist wie ein unendlicher Kreislauf. Aber ich glaubte damals hartnäckig daran, dass alles besser und leichter werden würde, wenn ich nur dieses oder jenes Hindernis überwinden könnte. Also, hat es geklappt? Naja. War ja nur ein Scherz. Ich glaube, das geht vielen so. Wann hast du dann gemerkt, dass das so nicht funktioniert? So genau weiß ich das auch gar nicht mehr. Aber ich habe eine ganze Weile gebraucht, um das zu kapieren. Ich glaube, das funktioniert bei niemanden. Hiob hat doch mal gesagt, sondern der Mensch ist zum Unglück geboren, wie die Funken nach oben fliegen. Und ich glaube, damit wollte er noch trösten. Kleppte nur irgendwie nicht. Stimmt. Aber er hatte schon ein bisschen recht. Selbst Yahushua sagte, dass wir in der Welt Bedrängnis haben werden. Richtig. Wir leben in einer in Sünde gefallenen Welt. Das ist eine Tatsache. Und dagegen können wir auch nichts machen. Wir müssen ausharren, bis er kommt. Aber weißt du, was er noch sagte? Was denn? Lesen wir das doch mal. Das steht in Johannes 16, Vers 33. Es ist eine Verheißung, die sich auf jede Situation anwenden lässt. Gerade weil wir wissen, dass das Leben bis zu Yahushuas Wiederkunft immer härter werden wird, ist dies ein wertvolles Versprechen, an das man denken sollte. Liest du es mal vor? Klar. Moment. Hier ist es. Dies habe ich zu euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Bedrängnis. Aber seid getrost. Ich habe die Welt überwunden. Yahushua hat die Welt bereits überwunden. Er hat nicht gesagt, ich überwinde die Welt. Es ist längst geschehen. Die Welt ist nicht gerade einfach. Aber wir sollen auch nicht unter dem Stress und der Last zusammenbrechen müssen. Es gibt einen Text in den Klageliedern, der sehr tröstlich ist. Er gibt einen guten Einblick in Yahuas Charakter. Wenn man mitten in einer schwierigen Zeit steckt, passiert es sehr leicht, dass man Yahuas Liebe infrage stellt. So nach dem Motto, wenn er ein Gott der Liebe ist, wo ist er dann? Wieso habe ich als gläubiger Mensch meinen Job verloren? Wieso ist meine Mutter an Krebs erkrankt? Ja, da kommt man schnell ins Grübeln. Deshalb finde ich diese Aussagen in den Klageliedern so gut. Hör dir das an. Klagelieder 3, Vers 33. Dort steht, denn er hat keine Freude daran, die Menschen zu quälen und ins Elend zu stürzen. Yahuas ist nicht für die Schwierigkeiten verantwortlich, durch die wir gehen. Sie werden durch die Sünde verursacht. Aber man kann noch einen Schritt weiter gehen und sagen, dass er zwar auch Tragödien zulässt, aber dass man durch sie wachsen kann. Römer 8, Vers 28. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Denen, die nach dem Vorsatz berufen sind. Probleme geben uns die Möglichkeit, an unserem Charakter zu arbeiten. Der Charakter wird durch die Gedanken und Gefühle geprägt. Er besteht aus den Eigenschaften, die einen Menschen als Individuum ausmachen. Und er ist das Einzige, was wir in die Ewigkeit mitnehmen können. Wenn alles im Leben reibungslos abliefe, würden wir niemals einen Charakter entwickeln, der für ein Leben in der Gesellschaft heiliger Engel und in der Gegenwart Yahuas geeignet wäre. Wäre der Berg nicht steil, könnte man nicht hinaufklettern. Genau so ist es. Einige sehr gute Sprüche dazu kommen vom Autor Robert Tu. Er schrieb einmal, Zitat, Aber wie reagiert man am besten auf Schwierigkeiten? Denn nicht jeder reagiert auf eine Weise, die dem Charakter dienlich ist. Weißt du, was ich meine? Auf jeden Fall. Manche Menschen laufen vor ihren Problemen auch weg. Ja, weil es kurzfristig angenehmer ist, als sich ihnen zu stellen. Mein Großvater sagte einmal zu mir, Du hast die Wahl. Du kannst auch nichts tun, aber mach nicht das, was jeder macht. Ein weiser Mann. Manche Menschen greifen bei großen Problemen zum Alkohol oder zu Drogen. Andere flüchten sich in Romane, Filme oder Spiele. Das sind alles Versuche, dem Stress zu entkommen. Das kann passieren, wenn eine Person von einer Situation so überwältigt ist, dass sie keinen Ausweg mehr sieht. Man verschließt die Augen vor den Tatsachen, lenkt sich ab und tut so, als ob nichts wäre. Aber wir müssen uns den Wahrheiten stellen. Es kann immer ein Problem auftauchen, mit dem man nicht gerechnet hat. Und keiner mag Überraschungen. Krisen und Stressfaktoren sind einfach ein Teil des Lebens. Diese Dinge sind so ziemlich das Einzige, mit dem wir rechnen können, weil jeder seine Probleme hat. Deshalb ist es wichtig, dass wir als Gläubige uns darin üben, die geistliche Waffenrüstung zu tragen. Sie hilft uns dabei, mit jeder Situation umgehen zu können, mit der wir konfrontiert werden. Also sage ich mir, befass dich mit den biblischen Prinzipien und lerne die biblischen Verheißungen auswendig. Wenn unsere Moral und unsere Werte auf der Heiligen Schrift beruhen, wissen wir eher, was wir zu tun haben. Das stimmt. Aber ich meinte auch die Prinzipien. Das wollte ich nochmal betonen. Meinen wir nicht dasselbe? Nicht so ganz. Unsere Moral wird von der Kultur geprägt, in der wir aufgewachsen sind. Ein Prinzip hingegen ist ein grundlegendes Gesetz oder ein Leersatz, der einen Handlungsspielraum vorgibt. Die Bibel lehrt Prinzipien. Die Gesellschaft formt unsere Moral. Okay, nenn doch mal ein Beispiel. Hm, gut. Lass uns mal Moral in Ländern der sogenannten Ersten Welt mit der der Dritten Welt vergleichen. Ich sage nicht, dass die Länder der Ersten Welt frei von Verbrechen sind oder dass ihre Politiker rechtschaffen sind. Das wissen wir ja beide nur zu gut. Viel Leid der Dritten Welt lässt sich auf die Politik der Länder der Ersten Welt zurückgreifen. Aber wir reden hier ja von der individuellen Moral. Es geht um Unterschiede der persönlichen Moral in den Ländern der Ersten Welt im Vergleich zu den Ländern der Dritten Welt. In Ordnung. Zum Beispiel ist Vetternwirtschaft in vielen Ländern der Dritten Welt gang und gäbe. Ein Diktator oder Präsident kommt ins Amt und was passiert? Er gibt all seinen vertrauten Jobs, ob sie dafür nun qualifiziert sind oder nicht. Genau. Und das passiert auf allen Ebenen der Gesellschaft. Vom Präsidentenpalast bis hinunter zum ärmsten Arbeiter. Es ist Teil der Moral bestimmter Kulturen, Freunde und Familie an die erste Stelle zu setzen. Klingt doch eigentlich nicht schlecht. Sicher, wir sollten immer unseren Freunden und unsere Familie helfen wollen, aber nicht auf Kosten aller anderen. Im Gegensatz dazu erklärt die Moral der Länder der Ersten Welt Vetternwirtschaft für falsch. Sowas gibt es hier zwar auch, aber es gilt offiziell als verwerflich. In vielen Staaten ist Vetternwirtschaft sogar illegal. Nun, wie sieht das in der Praxis aus? Nehmen wir an, eine Gruppe von Freunden ist unterwegs. Sie haben vielleicht ein paar Bier zu viel getrunken. Und während sie so lachend durch die Gegend schlendern und sich amüsieren, stolpert einer von ihnen und bricht den Seitenspiegel eines Autos ab, das am Straßenrand parkt. Was meinst du, wie es jetzt wohl weitergeht? Ich gehe mal davon aus, dass das von Land zu Land unterschiedlich ist. Es hängt von der Moral ab. In Ländern, in denen einem von der Wiege an beigebracht wird, dass Freunde und Familie an der ersten Stelle stehen, egal was passiert, würden die Freunde die Sache nicht weiter ernst nehmen. Sie würden ihn drängen, weiterzugehen oder dabei helfen, das Ganze zu vertuschen. Er würde nicht zur Rechenschaft gezogen werden. Selbst wenn jemand bei etwas wirklich schlimm erwischt und vor Gericht gestellt werden würde, würde es für ihn gut ausgehen, wenn er die richtigen Leute kennt. Und das ist auch der Grund, warum diejenigen, die in hohe Machtpositionen gelangen, sich mit dem Geld, das dem Volk gehört, die Taschen füllen. Alle beschweren sich, aber nichts ändert sich, weil sie alle auf die ein oder andere Weise dieser Moral unterliegen. Okay, ich denke, das kann man nachvollziehen. Im Gegensatz dazu haben viele Länder der Ersten Welt eine christliche oder aufklärerische Grundlage für ihre Kultur. Ihre Moral besagt, dass eine Person, die etwas Falsches tut, dafür zur Rechenschaft gezogen werden sollte. Sogar wenn es sich dabei um ein Familienmitglied handelt. Ja, ich kann mich da noch an eine Story über einen Terroristen aus den USA erinnern. Theodor John Kaczynski. Bevor er gefasst wurde, war er als Unabomber bekannt. Er war für den Tod von drei Menschen verantwortlich und verletzte viele weitere. Es heißt, er war Gegenstand der längsten und teuersten Untersuchung in der Geschichte des Federal Bureau of Investigation. Als er schließlich gefasst wurde, kam heraus, dass sein eigener Bruder ihn beim FBI angezeigt hatte. Ein gutes Beispiel. Es ist Teil unserer Moral, dass, wenn jemand etwas Falsches oder Illegales tut, es keine Rolle spielt, wer es ist. Er muss zur Rechenschaft gezogen werden, selbst wenn es ein Familienmitglied ist. Deshalb gibt es in Kulturen mit eher christlichem Moralverständnis durchschnittlich weniger Diebstahl öffentlicher Gelder, weniger Fettenwirtschaft und weniger offensichtliche Korruption. Lassen wir also mal die Moral beiseite und wenden uns den Prinzipien zu. Biblische Prinzipien gelten unabhängig von der Kultur, in der man lebt. Das ist auch der Grund dafür, dass wir oft die Fragen aus unserem Briefkasten auf das Wesentliche zusammendampfen. Genau. Also, Thema Verheißungen. Sie geben uns Kraft, Mut und Trost. Aber die Grundsätze der Heiligen Schrift lernen uns auch, wie wir in bestimmten Situationen handeln sollen. Schlag mal bitte 5. Mose 8 auf und lies uns die Verse 1-3 vor. Das ist ein Abschnitt, den Christus in der Wüste zitierte, als er versucht wurde. Mose spricht hier von Prinzipien. Er benutzt dieses Wort nicht, aber er beschreibt grundlegende Gesetze, nach denen wir leben sollen. Okay, Moment. Also, hier steht. Das ganze Gebot, das ich dir heute gebiete, sollt ihr bewahren, um es zu tun, damit ihr lebt und euch mehrt und hineinkommt und das Land in Besitz nehmt, das Jachua euren Vätern zugeschworen hat. Und du sollst an den ganzen Weg gedenken, durch den Jachua, dein Gott, dich geführt hat, diese 40 Jahre lang in der Wüste, um dich zu demütigen, um dich zu prüfen, damit offenbar würde, was in deinem Herzen ist, ob du seine Gebote halten würdest oder nicht. Und er demütigte dich und ließ dich hungern und speiste dich mit dem Mana, das weder du noch deine Väter gekannt hatten, um dich erkennen zu lassen, dass der Mensch nicht vom Brot allein lebt, sondern dass er von all dem lebt, was aus dem Mund Jachua's hervorgeht. Das Wort Jachua's enthält Grundsätze, die uns in jeder Situation des täglichen Lebens leiten sollen. Hm, am Ende macht es auch keinen Unterschied, in was für einer Krise man steckt, wenn man nicht das Wissen, die Kraft, die Energie oder was auch immer hat, um sie zu bewältigen. Das ist richtig. Alle Probleme und Prüfungen dienen nur einem Zweck. Sie lernen uns, dass wir uns in jeder Situation auf unseren himmlischen Vater verlassen können. Deshalb ließ er es zu, dass die Kinder Israels am Roten Meer in einer Sackkasse steckten, bevor er sie hindurchgehen ließ. Deshalb ließ er es auch zu, dass sie durstig wurden, bevor er sie mit Wasser versorgte. Er ließ zu, dass sie hungrig wurden, bevor er ihnen Manna gab. Er wollte ihnen das Prinzip beibringen, dass man, wenn man nicht weiß, was man tun soll, immer zu ihm kommen kann. Okay, schlag mal 1. Korinther 10 auf. Hier lässt Paulus einige der Dinge Revue passieren, die den Kindern Israels während ihrer Wüstenwanderung widerfahren sind. Und dann fasst er in Vers 11 den Sinn des Ganzen zusammen. Kannst du das mal vorlesen? Klar doch. All diese Dinge aber, die jenen widerfuhren, sind Vorbilder, und sie wurden zur Warnung für uns aufgeschrieben, auf die das Ende der Weltzeiten gekommen ist. Es gibt auch Bibelversionen, die hier das Wort Beispiel nutzen, anstelle von Vorbild. Aber es ist natürlich bei beiden das Gleiche gemeint. Wenn man das Ganze ursprünglicher, beziehungsweise altertümlicher übersetzen würde, könnte man das Wort Typus verwenden. Wo es einen Typus gibt, da muss es auch einen Antitypus geben, oder? Ganz logisch. So wie alle Opferlämmer Typen, beziehungsweise Symbole waren, die auf das Lamm Yahuas hinwiesen, so wiesen die Erfahrungen der Kinder Israels auf die Erfahrungen der letzten Generation hin. Die letzte Generation der Gläubigen wird aus den Fehlern der Vergangenheit lernen. Sie wird lernen, Yahuas in jeder Situation zu vertrauen. Und das beginnt damit, dass wir lernen, biblische Prinzipien auf die Probleme anzuwenden, die in unserem täglichen Leben auftreten. Okay, wir machen an dieser Stelle eine kleine Pause. Danach sehen wir uns an, wie das Ganze in der Praxis funktioniert. Also, liebe Hörer, wir sind gleich wieder da. In der Bibel wird die Herrlichkeit des Salomonischen Tempels ausführlich beschrieben. Der Tempel, der nach der Rückkehr der Israeliten aus der babylonischen Gefangenschaft gebaut wurde, bestand noch während des Wirkens unseres Erlösers hier auf der Erde. Aber die Heilige Schrift berichtet noch von einem weiteren Tempel. Und dieser dritte ist der faszinierendste von allen. Doch er ist nie gebaut worden. Noch nicht. Er wird im Buch Ezekiel in den Kapiteln 40 bis 48 genauestens beschrieben. Dieser Abschnitt hat schon viele Christen verwirrt. Einige glauben, dass es sich um eine Prophezeiung handelt, weil die Israeliten bestimmt, bestimmte Voraussetzungen nicht erfüllten. Andere meinen, dass er gebaut werden muss, bevor Yahushua wiederkommt. Das wäre ein Problem, da sich der Felsendom der Muslime derzeit an derselben Stelle, nämlich auf dem Tempelberg in Jerusalem, befindet. Hesekiels Beschreibung des dritten Tempels gibt den Gläubigen einen spannenden Einblick in die Zukunft. Denn es handelt sich dabei weder um eine gescheiterte Prophezeiung, noch um ein Bauwerk, welches vor Yahushuas Wiederkunft errichtet werden muss. Trotzdem wird dieser Tempel gebaut werden. Und laut der Heiligen Schrift werden auf seinem Boden sogar Opfer dargebracht. Wollt ihr mehr über den dritten Tempel erfahren und herausfinden, wann und wo er gebaut werden soll und welchen Zweck seine Opfer haben? Dann hört euch die Episode mit dem folgenden Titel an. Die schockierende Wahrheit über den dritten Tempel. Diese und alle anderen Sendungen findet ihr auf YouTube und auf unserer Webseite worldslastchance.com Willkommen zurück zum zweiten Teil unserer Sendung hier beim WLC-Radio. Also, Mathis, ich bin schon gespannt, wie es weitergeht. Gut. Schlag mal bitte Joshua 10 auf. Diese Geschichte zeigt schrittweise auf, wie man biblische Prinzipien anwenden und auf diese Weise Herausforderungen meistern kann. Jeder von uns kann es dann auf sich und seine Situation anwenden. Okay, lesen wir das Ganze mal im Kontext, damit wir verstehen, was hier passiert. Joshua 10, Verse 1 bis 6. Okay, hier steht, Es geschah aber, als Adoni Zedek, der König von Jerusalem, hörte, dass Joshua Ei eroberte und an ihm den Band vollstreckt hatte, und dass er es mit Ei samt seinem König ebenso gemacht hatte wie mit Jericho und seinem König, und dass die Einwohner von Gibeon mit Israel Frieden gemacht hatten und in ihrer Mitte wohnten. Da fürchteten sie sich sehr. Denn Gibeon war eine große Stadt, wie eine der Königstädte, und es war größer als Ei, und alle seine Männer waren tapfere Krieger. Da sandte Adoni Zedek, der König von Jerusalem, Boden, zu Hoham, dem König von Hebron, und zu Piriam, dem König von Jamut, und zu Japhia, dem König von Laches, und zu Debir, dem König von Eglon, und ließ ihnen sagen, Kommt herauf zu mir und helft mir, dass wir Gibeon schlagen, denn es hat mit Joshua und den Kindern Israels Frieden gemacht. Da vereinigten sich die fünf Könige der Amoriter und zogen hinauf, der König von Jerusalem, der König von Hebron, der König von Jamut, der König von Laches und der König von Eglon, mit allen ihren Heeren, und sie belagerten Gibeon und bekämpften es. Aber die Männer von Gibeon sandten Boden zu Joshua ins Lager, nach Gilgal, und ließen ihm sagen, zieh deine Hand nicht ab von deinen Knechten, komm rasch zu uns herauf, und errette uns und hilf uns. Denn alle Könige der Amoriter, die im Bergland wohnen, haben sich gegen uns versammelt. Wir haben hier also eine gefährliche Notsituation, die schnelles Handeln erfordert. Joshua befand sich kurz vor einem Krieg und musste sich fünf Königen stellen. Ich denke, was die Situation für Joshua noch spannender machte, war, dass die Gibeoniter gerade erst einen Vertrag mit Israel geschlossen hatten. Sollte Israel es versäumen, diese zu unterstützen, würde das nicht nur auf Israel, sondern auch auf Israels Gott ein schlechtes Licht werfen. Hier stand also auch ihr Ruf auf dem Spiel. Das ist ein guter Punkt. Daran hatte ich noch gar nicht gedacht. Joshua muss also mit dieser sehr schwierigen Situation fertig werden. Was tut er also? Lies mal den nächsten Vers. Okay, Vers 7. Und Joshua zog hinauf von Gilgal, er und das ganze Kriegsvolk mit ihm und alle tapferen Krieger. Der biblische Grundsatz Nummer 1. Wenn es ein Problem gibt, muss man sofort handeln. Joshua versuchte nicht, vor seinen Problemen wegzulaufen oder sich mit Wein oder was auch immer abzulenken. Er reagierte sofort. Okay, aber warte mal. Was ist, wenn du gar nicht weißt, was zu tun ist? Wie soll man reagieren, wenn man nicht einmal weiß, was die richtige Reaktion wäre? Das ist eine gute Frage. Gut, dass du das ansprichst. Es gibt viele Christen, die sich in einer Situation befinden, in der sie einfach nur da sitzen, die Hände hochreißen und sagen, ich weiß nicht, was ich machen soll, wenn Gott es mir nicht sagt. Nun ja, wir sollten schon auf Yahuwah hören. Stimmt. Aber wir sollen trotzdem handeln, wenn es erforderlich ist. Schlag mal bitte Jesaja 58 auf und lies uns dort mal den Vers 11 vor. Yahuwah hat versprochen, uns zu leiten und zu führen. Und wenn er das tut, sollen wir ihm folgen. Wir sollen nicht einfach still da sitzen, in Schockstarre verfallen und darauf warten, geführt zu werden. Er kann uns nicht führen, wenn wir nichts machen und nicht den Mut haben, nach vorne zu gehen. Okay, ich hab's schon. Also Jesaja 58, Vers 11. Wenn wir mit dem Auto im Schlamm feststecken und Benzin in den Tank füllen, springt es auch nicht wieder von alleine heraus. Logisch, denn das ist dann auch nicht das Problem. Man sinkt nur noch tiefer ein, wenn man so weitermacht wie bisher. Sich nicht vorwärts zu bewegen, wenn es ein Problem gibt, ist genau das gleiche wie zögern. Okay, du hast jetzt schon öfters vorwärts gehen gesagt. Aber wie soll man das praktisch anstellen, wenn man nicht weiß, in welche Richtung man sich bewegen soll? Keiner will einen Fehltritt machen. Ein Schritt nach vorne klingt ja schön und gut, aber kannst du den Zuhörern das etwas aufdröseln? Wie stellst du dir das vor? Man sammelt erstmal Informationen. Wenn man bereits genügend über die Situation weiß, hätte man sicherlich schon etwas getan. Wenn ihr also nicht genug wisst, um eine entsprechende Richtung einschlagen zu können, dann müsst ihr euch informieren. Und während ihr das tut, wird Jachua euch den richtigen Weg zeigen. Aber auch das Einholen von Infos ist schon eine Aktion. Wir müssen aktiv werden und dann kann er uns führen. Also, wir holen uns Infos ein, bis sich ein klarer Plan abzeichnet. Genau. Okay, nächster Schritt. Joshua 10, Vers 8. Und Jachua sprach zu Joshua. Fürchte dich nicht vor ihnen, denn ich habe sie in deine Hand gegeben. Niemand von ihnen wird vor dir bestehen können. Das ist das zweite biblische Prinzip. Auf Gottes Worte hören und seine Weisheit suchen. Joshua tat genau das. Wir neigen ja dazu, nur bei den größeren Fragen des Lebens nach dieser göttlichen Weisheit zu fragen. Aber wir können das auch bei kleineren Krisen im Alltag anwenden. Sie gehören ja für uns dazu und jeder wird sie unweigerlich bekommen. Man muss also nicht erst abwarten, bis aus einer kleinen Sache eine Katastrophe wird. Die Suche nach göttlicher Weisheit ist für jeden Sieg entscheidend. Die Bibel enthält guten Rat für uns, aber wir müssen ihn suchen. Lies mal Jakobus 1, Vers 5 und 6 vor. Das ist eine Verheißung für jeden, der um göttliche Führung bittet. Jakobus, Jakobus. Okay, los geht's. Hier steht, Wenn es aber jemand unter euch an Weisheit mangelt, so erbitte er sie von Gott, der allen gern und ohne Vorwurf gibt, so wird sie ihm gegeben werden. Erbitte aber im Glauben und zweifle nicht. Denn wer zweifelt, gleicht einer Meereswoge, die vom Wind getrieben und hin und her geworfen wird. Als Joshua um göttliche Hilfe und Führung bat, erhielt er eine sehr ermutigende Antwort. Und wenn wir das tun, was Joshua tat, werden wir die auch bekommen. Also gut, Joshua handelte prompt und suchte göttliche Führung. Worin besteht nun das nächste Prinzip? Schritt 3 lautet, man muss im Glauben nach der Anweisung handeln, die uns gegeben worden ist. Das tat auch Joshua und Jehoah segnete ihn. Lies mal Joshua 10 von Vers 9 bis Vers 11. So kam Joshua plötzlich über sie. Denn er zog die ganze Nacht hindurch von Gilgal herauf. Und Jehoah erschreckte sie vor Israel und schlug sie in einer großen Schlacht bei Gibeon. Und sie jagten ihnen nach, auf dem Weg nach der Anhöhe von Bethoron. Und sie schlugen sie bis Aseka und bis Makeda. Und es geschah. Als sie vor Israel flohen und am Abhang von Bethoron waren, da ließ Jachua große Steine vom Himmel auf sie fallen, bis Aseka, sodass sie starben. Und die Zahl derer, die durch die Hagelsteine starben, war größer als die Zahl derer, welche die Söhne Israels mit dem Schwert umbrachten. Jachua würdigte Josuas Glauben und kämpfte an seiner Seite. Das unterstreicht, wie wichtig es ist, dass wir seine Hilfe suchen. Es ist nicht nur notwendig, sondern auch sehr wirksam. Lies mal bitte Psalm 50 Vers 15 für uns. Wenn wir die gleichen Ergebnisse wie Joshua sehen wollen, müssen wir nach den gleichen Prinzipien handeln. In Psalm 50 Vers 15 sagt Jachua, und rufe mich an am Tag der Not. So will ich dich erretten und du sollst mich ehren. Es gibt so viele Bibelferse wie diesen. In Jesaja 40 Vers 11 heißt es zum Beispiel, er wird seine Herde weiden wie ein Hirte. Die Lämmer wird er in seinem Arm nehmen und im Bausch seines Gewandes tragen. Die Mutterschafe wird er sorgsam führen. Jachua führt seine Schafe mit großer Geduld. Unerfahrene Tierbabys neigen dazu, ihren eigenen Kopf zu haben. Aber auch wenn sie stolpern und ihnen Fehltritte passieren, gibt er sie nicht einfach auf. Er führt sie weiter. Auch aus Schwierigkeiten heraus, in die sie sich selbst gebracht haben. Das ist ein guter Punkt. Ich glaube, wenn man mit Problemen zu tun hat, in die man sich selbst hinein manövriert hat, schämt man sich häufig dafür. Man will sich dann gerne selbst aus ihnen befreien, weil man schließlich alleine dafür verantwortlich ist. Aber das müssen wir nicht tun, denn Jachua ist geduldig und hilfsbereit. Ja, sehr richtig. Wir dürfen niemals zulassen, dass Scham und Scheu uns von ihm fernhalten. Lass uns darauf mal näher eingehen. Denn ich denke, dass zu viele von uns in diese Denkweise verfallen. Wenn wir die Situation durch unsere eigenen Entscheidungen geschaffen haben, dürfen wir Jachua nicht um Hilfe bitten. Und das, bis wir sie selbst geklärt haben. Aber genau das lehrt die Bibel nicht. Schlag mal bitte Lukas 15 auf und lies das Gleichnis vom verlorenen Schaf. Hier gibt es einen wichtigen Punkt, den ich gerne ansprechen möchte. In Ordnung. Moment. Lukas 15 und da die Verse 3 bis 6. Und dort steht, er sagte aber zu ihnen dieses Gleichnis und sprach. Welcher Mensch unter euch, der hundert Schafe hat und eines von ihnen verliert, lässt nicht die 99 in der Wildnis und geht dem Verlorenen nach, bis er es findet. Und wenn er es gefunden hat, nimmt er es auf seine Schulter mit Freuden. Und wenn er nach Hause kommt, ruft er die Freunde und Nachbarn zusammen und spricht zu ihnen. Freut euch mit mir, denn ich habe mein Schaf gefunden, das verloren war. Wenn ein Schaf davonrennt und sich in den Brombeeren verfängt, ist dann das Schaf schuld oder der Hirte. Na das Schaf oder die Brombeeren. Logisch. Aber das hindert den Hirten nicht daran, dem Schaf zu helfen. Wenn es in eine Schlucht fällt, aus der es nicht mehr herauskommt oder wenn es sich verirrt, hat das Schaf das selbst verursacht. In der Regel ja. Aber wenn es Hilfe braucht, zögert der Hirte nicht einzugreifen. Er sieht nicht tatenlos zu, wie sich das Schaf abstrampelt, in der Hoffnung, dass es irgendeine Lektion daraus lernt. Er greift sofort ein und hilft. Diese Geschichte ist ein Gleichnis Christi. Wir können deshalb sagen, dass Jachua unser göttlicher Hirte ist, der uns so behandelt, wie jeder Hirte mit einem verehrten Lamm umgehen würde. Man könnte sagen, dass jedes dieser Prinzipien einen Schritt in einem Prozess darstellt. Wir können sie auf jede Situation anwenden. Also Schritt Nummer 4. Joshua nutzte die göttliche Hilfe, die ihm zur Verfügung stand. Lies mal die nächsten paar Verse. Also Joshua 10 Vers 12-15. Da redete Joshua zu Jachua an dem Tag, als Jachua die Amoriter vor den Söhnen Israels dahingab und sprach in Gegenwart Israels, Sonne, stehe still in Gibeon und du Mond im Tal Arjalon. Da stand die Sonne still und der Mond blieb stehen, bis sich das Volk an seinen Feinden gerecht hatte. Ist dies nicht geschrieben im Buch des Aufrichtigen? So blieb die Sonne mitten am Himmel stehen und alte nicht unterzugehen. Beinahe einen ganzen Tag. Und kein Tag war diesem gleich, weder zuvor noch danach, dass Jachua auf die Stimme eines Mannes hörte, denn Jachua kämpfte für Israel. Und Joshua zog wieder ins Lager nach Gilgal und ganz Israel mit ihm. Jachua hörte auf die Stimme eines Menschen. Er möchte uns helfen. Der Himmel stünde uns zur Hilfe bereit, wenn wir darum bitten würden. Das Problem ist, dass wir meist nicht danach fragen. Ich weiß, aber warum ist das so? Das Volk Jachua sollte damit nicht zögern. Wir haben eigentlich genug Zusicherung in der Bibel bekommen. Okay, das letzte Prinzip, Nummer 5. Das ist ein wichtiger Schritt, einer, der oft übersehen wird. Joshua hat seinen Sieg vollendet. Wie meinst du das? Naja, du hast gerade gelesen, dass die Israeliten siegreich waren. Aber während sie kämpften, hatten die fünf feindlichen Könige ihr Heer im Stich gelassen und sich dann in einer Höhle verschanzt. Als Joshua davon erfuhr, befand er sich mitten in der Schlacht. Er konnte sich in diesem Moment nicht sofort darum kümmern. Was hat er also gemacht? Verse 18 und 19. Und Joshua sprach, so wälzt große Steine vor den Eingang der Höhle und stellt Männer davor, um sie zu bewachen. Ihr aber steht nicht still. Jagt euren Feinden nach und schlagt ihre Nachhut. Lasst sie nicht in ihre Städte kommen, denn Jachua, euer Gott, hat sie in eure Hand gegeben. Und auch hier drückt Joshua seinen Glauben aus. Er geht davon aus, dass Jachua sie zum Sieg führen wird. Sie gewinnen also die Schlacht. Was tat Joshua dann, um die Niederlage der Feinde und Israels Sieg zu vollenden? Verse 22 bis 27. Joshua aber sprach, öffnet den Eingang der Höhle und bringt jene fünf Könige aus der Höhle heraus zu mir. Und sie machten es so und brachten jene fünf Könige aus der Höhle heraus zu ihm. Den König von Jerusalem, den König von Hebron, den König von Jamut, den König von Laches und den König von Eglon. Als sie aber diese Könige zu Joshua herausgeführt hatten, rief Joshua alle Männer Israels zu sich und sprach zu den Obersten des Kriegsvolkes, die mit ihm gezogen waren. Kommt herzu und setzt euren Fuß auf den Nacken dieser Könige. Und sie kamen herzu und setzten ihnen den Fuß auf den Nacken. Da sprach Joshua zu ihnen, fürchtet euch nicht und verzagt nicht, seid stark und mutig, denn so wird Jachua an allen euren Feinden handeln, gegen die ihr kämpft. Und danach schlug sie Joshua und tötete sie und hängte sie an fünf Holzstämme. Und sie hingen an den Holzstämmen bis zum Abend. Als aber die Sonne unterging, gebot Joshua, dass man sie von den Holzstämmen abnehme und sie in die Höhle werfe, in der sie sich verborgen hatten. Und sie legten große Steine vor den Eingang der Höhle. Die sind noch dort bis zu diesem Tag. Es war ein vollständiger Sieg. Mit Jachas Beteiligung und Hilfe hatten die Israeliten die Schlacht gewonnen. Doch solange diese fünf Könige lebten, bestand die Wurzel des Problems immer noch. Die Amoriter sollten aber nie wieder eine Bedrohung für Israel darstellen. Wenn wir diese Prinzipien Schritt für Schritt auf unsere Probleme anwenden, gibt uns Jachua den Sieg. Aber wir dürfen nicht die letzte Phase vergessen, sondern müssen den Sieg vollenden. Wirklich gut. Wir sollen uns also nicht mit einer Teillösung zufrieden geben. Ich weiß, dass uns die Zeit davonläuft, aber es wäre gut, wenn wir die fünf Schritte noch einmal kurz durchgehen. Okay. Prinzip bzw. Schritt Nummer 1. Handle sofort. Joshua hatte ein Problem und reagierte sofort. Er hat nicht versucht, es wegzuschieben. Wenn wir nicht genau wissen, was wir tun sollen, müssen wir uns informieren, aber sobald wir genug wissen, müssen wir loslegen. Schritt 2. Wir sollen Jachua um Rat bitten. Das ist für jeden Sieg entscheidend. Richtig. Warum sollte man sich auch nicht von demjenigen leiten lassen, der alles weiß? Schritt 3. Sobald wir Jahuas Willen für unsere Situation verstanden haben, folgen wir diesem Weg. Joshua handelte im Glauben an die Zusicherung, die ihm gegeben wurde, und Jachua segnete seine Bemühungen. Schritt 4. Uns stehen die Mittel des Himmels zur Verfügung, also machen wir doch davon Gebrauch. Genau das hat Joshua getan. Er sah, dass Israel dabei war, die Schlacht zu gewinnen. Aber um einen überwältigenden Sieg zu erreichen, bat er Jachua um Hilfe. Zuletzt Schritt Nummer 5. Man soll das Grundübel angehen und die Sache abschließen. Wir haben Jachua als Mitstreiter. Warum sollten wir uns keinen vollständigen Sieg über unser Problem wünschen? Das erinnert mich daran, dass der Prophet Elisa zu König Joahas sagte, er solle einen Pfeil aus dem Fenster schießen. Anschließend sollte er den Rest seiner Pfeile nehmen und mit ihnen auf den Boden schlagen. Warum sollte ein Bogenschütze das tun? Joahas stimmte aber zu. Er schlug mit ihnen allerdings nur ein paar Mal auf dem Boden. Das war also nicht so, wie Elisa es gemeint hatte, sodass dieser sich darüber ärgerte. Hör dir das an. 2. Könige 13, Vers 19. Da wurde der Mann Gottes zornig über ihn und sprach. Wenn du fünf oder sechs Mal geschlagen hättest, dann hättest du die Aramea bis zur Vernichtung geschlagen. Nun aber wirst du die Aramea nur dreimal schlagen. Das sollte wohl ein Beispiel dafür sein, dass man das, was man tut, immer gründlich erledigen und nicht zu schnell aufgeben sollte. In Psalm 44 steht, du bist derselbe, mein König, oh Gott, gebiete du Rettung für Jakob. Durch dich wollen wir unsere Feinde niederstoßen. Und das ist eine sehr zuversichtliche Aussage. Alles klar, liebe Hörer. Hier machen wir erstmal eine kurze Pause. Also bis gleich. Ihr hört das World's Last Chance Radio auf WBCQ bei 93,30 Kilohertz auf dem 31 Meter Band. World's Last Chance Radio. Bereitet euch auf die baldige Wiederkunft des Erlösers vor. Immer mehr Menschen kommen in die Situation, dass sie ihren Gottesdienst zu Hause abhalten müssen. Manchmal treffen sich mehrere Familien, um gemeinsam zu beten. Es kommt aber auch vor, dass es sich um eine einzelne Familie oder sogar eine Einzelperson handelt. Wenn man es aber gewohnt ist, fertig geplante Predigten, Gottesdienste und andere Veranstaltungen in einer Kirche zu erleben, kann es mitunter schwierig sein, die heiligen Stunden auszufüllen. Lasst euch von dem Gedanken allein oder nur mit der eigenen Familie Gottesdienst zu halten, nicht einschüchtern. Viele Menschen, die zum Volk Gottes gehören, haben das Gleiche getan. World's Last Chance bietet viele Materialien, die euch dabei helfen können, einen interessanten Gottesdienst zu gestalten. Sucht auf unserer Website nach der dreiteiligen Artikelserie Kommt heraus aus ihr, mein Volk. Wenn ihr Jachua nachfolgt und zu Hause Sabbat feiert, findet ihr dort viele Ideen und ermutigende Verheißungen, die euch im Glauben stärken. Also schaut vorbei unter worldslastchance.com Das WLC-Team freut sich darauf, von euch zu hören. Besucht unsere Website unter worldslastchance.com, Klickt oben rechts auf den WLC-Radio-Button und schickt uns eure Fragen, Kommentare und Vorschläge. World's Last Chance Radio. Bereitet euch auf die baldige Wiederkunft des Erlösers vor. Willkommen zurück zum WLC-Briefkasten. Die heutige Frage kommt aus Perugia. Das liegt in Italien. Ich habe mal Fotos von Perugia gesehen. Es ist wirklich wunderschön dort. Wusstest du eigentlich, dass Italien die älteste Universität der Welt besitzt? Das ist die Uni von Bologna. Sie wurde im Jahr 1088 gegründet. Nein, das wusste ich nicht. Aus Italien kommen ja ziemlich viele Luxusdinge. Eins finde ich besonders gut. Da kannst du ja mal raten. Hm. Alfa Romeo. Nicht schlecht, aber nein. Ferrari? Lamborghini? Nein, nein, nein. Welcher normale Mensch soll sich sowas leisten können? Du liegst leider weiter neben, wenn du immer nur an Autos denkst. Ich meine einen Jacuzzi. Jacuzzi, Jacuzzi, ein Hot-Tab? Ja, genau. Candido Jacuzzi wanderte in die USA ein. Er war Italiener und erfand die erste tragbare Whirlpool-Pumpe. Sein Sohn Kenny war mit Rheumatoider Arthritis geboren worden. Und um die Schmerzen seines Sohnes zu lindern, erfand er den Whirlpool. Wow, das ist wirklich eine gute Erfindung. Also, was sagt denn unsere heutige Frage so? Tommaso Fellini schreibt, ich bin Christ und Geschäftsmann und möchte meinen Schöpfer durch das ehren, was ich tue. Gibt es irgendwelche biblischen Prinzipien, die mir dabei helfen können, mein Geschäft in seinem Sinne zu führen und auszubauen? Die Frage gefällt mir. An besten nutzt man seine Zeit auf dieser Erde, wenn man den himmlischen Vater durch sein Leben ehrt und dadurch auch andere mit ihm bekannt macht. Unsere Mitmenschen sollen anhand unserer Art und Weise und auch an unseren Geschäftspraktiken sehen können, dass wir Gott dienen. Es gibt eine Reihe von biblischen Grundsätzen, die einem Unternehmen wirklich dabei helfen können, zu wachsen und zu gedeihen. Schlag mal Matthäus 5 auf und lies uns dort mal die Verse 41 und 42 vor. Das ist wieder mal ein Auszug aus der Bergpredigt und, wie ich finde, ein guter Anfang. Also Matthäus 5, Verse 41 und 42. Okay, hier steht. Und wenn dich jemand nötigt, eine Meile weit zu gehen, so geh mit ihm zwei. Gib dem, der dich bittet. Und wende dich nicht ab von dem, der von dir borgen will. Diese extra Meile zu gehen zahlt sich immer aus, egal ob dieses Prinzip im geschäftlichen oder persönlichen Umfeld angewendet wird. In der Wirtschaft ist man oft nicht der Einzige, der eine bestimmte Ware oder Dienstleistung anbietet. Man hat immer Konkurrenz. Und um sich von der Konkurrenz abzuheben und wahrgenommen zu werden, muss man es sich zur Gewohnheit machen, sozusagen die extra Meile zu gehen und mehr zu tun, als erwartet wird. Das ist ein guter Punkt. Jeder will wohl die Früchte dieser extra Meile ernten. Aber nicht jeder macht sich die Mühe, sie auch zu gehen. Aber das ist ein Schlüssel, um sich von der Konkurrenz abzuheben. Und es wirft ein gutes Licht auf Jachua, wenn ein christlicher Geschäftsmann dieses Prinzip anwendet. Man sollte hier keine Kompromisse machen. Was man auch immer anpackt, man soll stolz darauf sein können, gute Arbeit geleistet zu haben. Qualität zahlt sich immer aus, egal ob es sich um Produkte oder Dienstleistungen handelt. So bekommt man einen guten Ruf. Ja, mit dem guten Ruf steht und fällt alles. Wie steht es denn da mit der goldenen Regel, sowas wie, was du nicht willst, was man dir tut, das fügt auch keinem anderen zu? Finde ich gut. Das geht in eine ähnliche Richtung. Wenn du auf deine Kunden und deren Bedürfnisse Rücksicht nimmst, werden sie sich wahrscheinlich positiv an dein Unternehmen erinnern. James Cash Penny war ein amerikanischer Geschäftsmann, der eine riesige Kaufhauskette gründete. Zum Zeitpunkt seiner Hochzeit betrieb das Unternehmen über 2000 Filialen. James war ein gläubiger Christ und er sagte einmal, Es ist weise, andere so zu behandeln, wie wir selbst behandelt werden möchten. Und das gilt nicht nur für die Kunden, sondern auch für Mitarbeiter. Das macht einfach einen guten Geschäftsmann aus. Es wirft ein gutes Licht auf Jachua, wenn diejenigen, die vorgeben, ihm zu dienen, nach den Grundsätzen der Heiligen Schrift leben. Eine weitere gute Sache, die man im Auge behalten sollte, Haushalte gut mit dem, was du hast. Sei ein treuer Verwalter. Denn in Wahrheit gehört alles Jachua. Wir dürfen seine Verwalter sein. Wenn wir im Geschäftsleben das beherzigen, werden wir auch unsere Ressourcen weiser einsetzen und nicht achtlos mit ihnen umgehen, nur um möglicherweise die Gewinnspanne zu erhöhen. Es ist wirklich wichtig. Wir müssen erkennen, dass wir nur die Verwalter von Jachuas Mitteln sind. Ich kann mir vorstellen, dass so eine Einstellung unsere Entscheidung stark beeinflussen kann. Auf jeden Fall. Wenn Jachushua wiederkommt, wollen wir, dass die Worte aus Matthäus 25, Vers 23 auch uns gelten. Recht so, du guter und treuer Knecht. Du bist über wenigem treu gewesen. Ich will dich über viele setzen. Geh ein zur Freude deines Herrn. Okay, schlag mal bitte 2. Korinther 9 auf und lies den Vers 6 vor. Hier finden wir einen weiteren biblischen Grundsatz, der sowohl im Geschäftsleben als auch im Allgemeinen gut anzuwenden ist. 2. Korinther 9, Vers 6. Was steht dort? Das aber bedenkt. Wer kerklich sät, der wird auch kerklich ernten. Und wer im Segen sät, der wird auch im Segen ernten. Wenn wir in etwas investieren, bekommen wir in der Regel auch etwas zurück. Das gilt einerseits für persönliche Beziehungen, aber auch für den Aufbau eines Unternehmens, wenn es um Kundenbindung und das Verhältnis zu Mitarbeitern geht. Auch die Mitarbeiter haben Wünsche und Bedürfnisse. Wenn man das berücksichtigt, kann man damit rechnen, dass sie sich loyal zeigen. Die Mitarbeiter gut zu behandeln ist wirklich wichtig, wenn man ein Unternehmen auf biblischen Prinzipien aufbauen will. Wir ehren Jachua nicht, wenn wir versuchen, auch den letzten Penny aus einem Geschäft heraus zu quetschen. Oder wenn wir versuchen, uns auf Kosten derer zu bereichern, die für uns arbeiten. So ist es. Und in der Bibel können wir auch darüber etwas finden. Lies mal bitte 5. Mose 24, Vers 15 vor. Und während du noch suchst, habe ich hier noch eine andere Textstelle, die ich auch noch nennen möchte. Es geht um 3. Mose 19, Vers 13. Und dort steht, Der Lohn des Tagelöhners soll nicht über Nacht bei dir bleiben bis zum Morgen. Wir können also sehen, dass Jachua die Kämpfe der Armen und der Arbeiterklasse versteht. Wenn wir ihn ehren wollen, werden wir auch das Wohl unseres Nächsten im Blick haben. Wir werden Verständnis zeigen und nicht versuchen, Leute auszunutzen, indem wir ihnen so wenig wie möglich zahlen. Also, was steht in 5. Mose 24, Vers 15? Der Abschnitt beginnt eigentlich mit Vers 14 und dort heißt es, Ob Unternehmen erfolgreich sind, bemisst man oft daran, ob sie Profit machen oder nicht. Und daran ist auch nichts auszusetzen. Aber man sollte nie diejenigen ausnutzen, die von einem abhängig sind. Ein Freund von mir hatte es während der Corona-Lockdowns sehr schwer, Arbeit zu finden. Er lebt in einem afrikanischen Land, welches enge Geschäftsbeziehungen mit China unterhält. Er ist gut ausgebildet, verdiente vor den Lockdowns sein Geld mit Übersetzungen und konnte sich auch etwas zurücklegen. Aber während der Lockdowns zogen viele Unternehmen ihren Vorteil aus der neuen Situation. Sie ließen nicht nur ihre Arbeiter weit über 12 Stunden am Tag arbeiten, sondern senken gleichzeitig auch die Löhne stark. Das grenzt ja schon an Raub. Ich habe einigen von unseren Kollegen davon erzählt. Manche Leute verteidigen sowas noch als gute Geschäftspraktik. Sie sagen, das sei halt der Kapitalismus. Es ist einfach nur das Ausnutzen einer Notlage. Genau das ist es. Nun, wenn man ein christlicher Geschäftsführer ist, könnte man vielleicht seinen Gewinn steigern, wenn man seine Mitarbeiter so ausquetscht. Aber würde Christus das tun? Würde so ein Verhalten Jachua verherrlichen? Ganz und gar nicht. Ich habe mal gelesen, du bist der einzige Christ, den manche Menschen je sehen werden. Die Art und Weise, wie wir andere behandeln, zeigt, was für ein Mensch wir sind. Und wenn wir behaupten, Jachua zu dienen und andere schlecht behandeln und ausnutzen, dann wirft das kein gutes Licht auf ihn. Apropos Gewinnspanne. Wenn der Gewinn für Christen einen Zweck hat, sie also ein größeres Ziel verfolgen, dann werden sie fleißiger arbeiten und bei ihrer Arbeit glücklicher sein. Vielleicht kann man einige Überschüsse an Menschen spenden, denen es nicht so gut geht. Ich kann mir vorstellen, dass es sich für viele Mitarbeiter gut anfühlt, wenn die Firma, für die sie ihre Lebenszeit geben, etwas Gutes bewirkt. Erinnern wir uns, was Jachua in Markus 8, Vers 36 sagte. Denn was wird es einem Menschen helfen, wenn er die ganze Welt gewinnt und sein Leben verliert? Und das bringt uns zum letzten Punkt. Prioritäten. Man muss wissen, wie und wo man seine Prioritäten setzt. Viele, die zum ersten Mal ein Unternehmen gründen, haben nie wirklich Erfolg oder kommen nicht groß raus, weil sie, während das Unternehmen komplexer wird, das Mikromanagement nicht abgeben können. Sie können nicht überall gleichzeitig sein. Aber weil sie genau das versuchen, kann ihr Unternehmen nicht wachsen. Sie müssen lernen, Prioritäten zu setzen. Wenn ein Angestellter etwas übernehmen kann, dann lass es ihn tun. Stattdessen machst du dann das, was nur du selbst leisten kannst. Mit anderen Worten, umgib dich mit kompetenten, ehrlichen Leuten, die wissen, was sie tun. Dann musst du nicht alles selbst machen. Genau. Okay, lich jetzt mal bitte Matthäus 6, Vers 33 vor. Dieser Vers lehrt uns, wie wir Prioritäten setzen sollen. Wie alle biblischen Prinzipien besitzt er mehrere Anwendungsmöglichkeiten. Okay. Hier steht, trachtet vielmehr zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch dies alles hinzugefügt werden. Wenn Jachua immer unsere erste Priorität ist, werden andere Dinge von ganz alleine ihren passenden Platz einnehmen. Sei es in zwischenmenschlichen Beziehungen oder im Geschäft. Wenn wir das Streben nach Jachua und seiner Gerechtigkeit zu unserer wichtigsten Priorität machen, dann wird der Rest hinzugefügt. Es ist nichts Schlechtes, erfolgreich zu sein und viel Geld zu verdienen. Hiob war unglaublich wohlhabend, aber er nutzte sein Reichtum, um anderen ein Segen zu sein und wir dürfen das auch. Indem wir Jachua in allem an die erste Stelle stellen, verherrlichen wir ihn. Andere werden dies bemerken und es anerkennen, wenn unsere Bemühungen, fair zu sein und anderen zu helfen, Früchte tragen. Das ist ja wahr. Zum Abschluss möchte ich dich noch bitten, Sprüche 3 aufzuschlagen und die ersten vier Verse zu lesen. Denn dort steht, was passiert, wenn man die biblischen Prinzipien in einem Unternehmen anwendet. Moment, ich suche. Ah, hier. Mein Sohn, vergiss meine Lehre nicht und dein Herz bewahre meine Gebote, denn sie werden dir Verlängerung der Tage und Jahre des Lebens und viel Frieden bringen. Gnade und Wahrheit werden dich nicht verlassen. Binde sie um deinen Hals. Schreibe sie auf die Tafel deines Herzens. So wirst du Gunst und Wohlgefallen erlangen, in den Augen Jachoas und der Menschen. Wenn wir biblische Prinzipien in unser tägliches Leben integrieren, ehrt das unseren Schöpfer. Und es hat den zusätzlichen Vorteil, dass es uns einen guten Ruf unter Mitarbeitern und Kollegen verschafft. Für jeden, der in der Wirtschaft tätig ist, ist ein guter Ruf überlebensnotwendig. Und wenn wir nach den Maßstäben Jachoas leben, sind wir immer gesegnet. Das ist wahr. Ich finde es gut, wenn Prinzipien wie diese auf einer praktischen Ebene Anwendung finden. Ja, liebe Hörer, wenn ihr uns eine Frage oder einen Kommentar zukommen lassen wollt, dann besucht unsere Webseite worldslastchance.com und klickt dort auf den WRC-Radio-Button. Wir freuen uns darauf. Jetzt machen wir erst mal wieder eine kurze Pause. Also bis gleich. Hier ist Doreen und ich stelle euch heute eine biblische Verheißung vor. Auf der Seite kora.com stellen Menschen aus der ganzen Welt Fragen, die andere beantworten können. Die Antworten können mitunter witzig, herzerreißen bis hin zu fröhlich und aufmunternd sein. Kürzlich sah ich dort einen Beitrag über eine Frau, die den Bewohnern eines Pflegeheims Maniküren anbot. Eines Tages kam eine neue Bewohnerin herein. Als sie die verschiedenen Nagellackfarben sah, sagte die alte Dame, sie wolle nur einen klaren Lack. Okay, antwortete die Frau und wunderte sich über den Wunsch. Als sie die alte Dame fragte, warum diese farblosen Lackwolle, bekam sie zur Antwort, meine Hände sind zu hässlich, ich möchte keine Aufmerksamkeit auf sie lenken. Die Nageldesignerin schaute auf die Hände der Frau hinunter. Die Knöchel traten hervor, die Haut war faltig und mit Altersflecken übersät, aber etwas Hässliches sah sie nicht. Sie strich sanft über die abgenutzten Hände und sagte, wissen Sie, ihre Hände erzählen die Geschichte ihres Lebens. Sie erzählen die Geschichte der Liebe, der Fürsorge und des Abenteuers. Diese Hände haben Dinge berührt und gehalten, die sich die meisten Menschen nicht vorstellen können. Durch diese verständnisvollen Worte, ermutigt, beschloss die ältere Frau, sich die Nägel rosa lackieren zu lassen. Ich glaube, wir alle mögen gewisse Eigenheiten an uns nicht oder schämen uns sogar dafür. Die gute Nachricht ist, dass Jachua uns trotzdem liebt. In Psalm 40, Vers 18 heißt es, Er liebt dich mit einer Liebe, die niemals aufhört. Er weiß alles über dich, deine größten Schwächen und die schlimmsten Peinlichkeiten. Und trotzdem liebt er jeden so, wie er ist. Wir sind seine kostbaren Kinder. Im Psalm 139 heißt es, Ja, es ist kein Wort auf meiner Zunge, dass du, Jachua, nicht völlig wüsstest. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Diese Erkenntnis ist mir zu wunderbar, zu hoch, als dass ich sie fassen könnte. Wo sollte ich hingehen vor deinem Geist? Wo sollte ich hinfliehen vor deinem Angesicht? Stiege ich hinauf zum Himmel, so bist du da. Machte ich das Totenreich zu meinem Lager, siehe, so bist du auch da. Nehme ich Flügel der Morgenröte und ließe mich nieder am äußersten Ende des Meeres, so würde auch dort deine Hand mich führen und deine Rechte mich halten. Uns sind große und kostbare Verheißungen gegeben worden. Geht voran und beruft euch auf sie. Geht voran und beruft euch auf sie. Gefällt euch das WLC-Radio-Programm? Dann ladet eure Freunde zum Mithören ein. Vielleicht kennt ihr jemanden, der sich für die Ereignisse der Endzeit interessiert. Oder ihr habt sogar einen Bibellesepartner. Erzählt ihm von unserer Website. worldslastchance.com Bereitet euch auf die baldige Wiederkunft des Erlösers vor. Weltslastchance.com Kennt ihr schon das WLC-Punkte-System? World's Last Chance möchte euch dabei unterstützen, euch auf die neue Erde vorzubereiten. In unserem WLC-Shop bieten wir verschiedene Dinge an, die euch auf eurem geistlichen Weg helfen sollen. Wir haben Bücher, Audiobücher, CDs, MP3-Dateien, Videos und eine große Anzahl an weiteren Hilfsmitteln, die ihr für euer eigenes Bibelstudium nutzen oder mit Freunden und Nachbarn teilen könnt. Es gibt auch eine Abteilung für Kinder und Jugendliche, um die jüngeren Mitglieder der himmlischen Familie anzusprechen. Und das Beste? Das alles ist vollkommen kostenlos. Denn wir haben ein Punktesystem. Wenn man sich auf unserer Webseite registrieren lässt, stehen einem viele Möglichkeiten offen, um Punkte zu sammeln, mit denen man in unserem Shop einkaufen kann. Zurzeit werden 31 englische E-Courses, also Lernkurse, auf worldslastchance.com angeboten. Immer wenn so ein Kurs erfolgreich abgeschlossen worden ist, werden dem User Punkte angerechnet. Allein durch die englischen E-Courses kann man insgesamt über 6000 Punkte ansammeln. Aber das ist noch nicht alles. Man kann jeden Tag ein Quiz beantworten und jede Woche an einer neuen Umfrage teilnehmen. Auch das Lesen von Artikeln bringt Punkte. Wenn ihr genug Punkte gesammelt habt, könnt ihr damit die Dinge erwerben, die im WLC-Shop verfügbar sind. Wir verschicken sie in die ganze Welt, ohne dass ihr dafür etwas bezahlen müsst. Allerdings stehen nicht alle Angebote in allen Sprachen zur Verfügung. Seht einfach nach, was davon in eurer Sprache verfügbar ist. Besucht also unsere Website worldslastchance.com und fangt damit an, eure Punkte zu sammeln. Wir wünschen euch viel Freude dabei! Willkommen zurück zum letzten Teil unserer Sendung. Ich mag es, wenn Dinge auf Grundsätzen beruhen. Wenn man nicht weiß, was man tun soll, kann man einfach nach einem biblischen Prinzip suchen. Denn das hat Bestand, unabhängig von individuellen und kulturellen Moralvorstellungen. Und die gute Nachricht ist, Jahuas Pläne sind die besten. Er ist noch nie besiegt worden, denn das ist unmöglich. Seine Pläne mögen sich zwar über Jahrtausende hinziehen, aber letztendlich triumphiert er immer. Und das gilt auch für den Erlösungsplan. Okay, schlag mal bitte Römer 8 auf. Paulus war ganz begeistert, als ihm klar wurde, dass niemand uns aufhalten kann, wenn wir auf der Seite Jahuas stehen. Römer 8, Verse 31 und 32. Okay, warte. Hier steht, was wollen wir nun hierzu sagen? Ist Gott für uns, wer kann gegen uns sein? Er, der sogar seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, sondern ihn für uns alle dahin gegeben hat, wie sollte er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Ist Jahuas für uns, wer kann gegen uns sein? Nach allem, was er für uns getan hat und nach allem, was er geopfert hat, Glaubst du, dass er uns jetzt Hilfe vorenthalten würde, beziehungsweise irgendwas, was wir brauchen? Nein, gar nicht. Das würde keinen Sinn machen. Geh mal im Text ein Stück runter. Was steht in den Versen 35 und 37 bis 39? Dort führt er den Gedanken weiter aus. Wer will uns scheiden von der Liebe des Christus, Drangsal oder Angst oder Verfolgung oder Hunger oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? Aber in dem allem überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes noch irgendein anderes Geschöpf uns zu scheiden vermag von der Liebe Gottes, die in Christus Yahushua ist, unserem Herrn. Wir dienen einem unbesiegbaren Gott. Und jetzt kommt der wirklich spannende Teil. Es ist Jahuas Wille, dass seine Kinder auch Überwinder sind. Erinnert einen an Philippa 4, Vers 13. Ich vermag alles durch den, der mich stark macht, Christus. Wie viele? Einiges oder das meiste? Nein, alles. Genau, alles. Lies dazu mal 1. Johannes 5, Verse 14 bis 15 vor. Denken wir dabei daran, es ist der Wille Jahuas, dass seine Kinder auch Überwinder sind. Also hier steht, und das ist die Freimütigkeit, die wir ihm gegenüber haben, dass er uns hört, wenn wir seinem Willen gemäß um etwas bitten. Und wenn wir wissen, dass er uns hört, um was wir auch bitten, so wissen wir, dass wir das Erbetene haben, dass wir von ihm erbeten haben. Die Heilige Schrift steckt voller schöner und starker Verheißungen. In Jesaja 41, Vers 10 heißt es, Das will Jahuas für uns tun. Dazu ist er bereit. Wenn wir ihn lassen, wird er uns in jeder Situation beistehen. Wir müssen nur die Hand nach ihm ausstrecken. Und wenn einem der Glaube fehlt, kann man auch darum immer bitten. Liebe Hörer, vielen Dank, dass ihr heute dabei gewesen seid. Wir sagen an dieser Stelle wieder bis morgen und denkt immer daran, Jachua liebt euch und auf ihn ist Verlass. World's Last Chance hat sich der Mission gewidmet, die gute Botschaft vom Königreich Jahuas in der Welt zu verbreiten. Die biblische Prophetie und aktuelle Ereignisse deuten darauf hin, dass Jachua bald wiederkommen und Jahuas irdisches Königreich aufrichten wird. Dann werden auch die verstorbenen Erlösten auferweckt und mit Unsterblichkeit beschenkt. Denn wer sich im Glauben Jachua anvertraut und seine Gnade angenommen hat, dem wird die Gerechtigkeit Jachushuas angerechnet. Wollt ihr mehr darüber wissen? Besucht unsere Website worldslustchance.com Schiebt es nicht auf, euch zu informieren. Es wurde euch eine Sendung des WLC-Radio-Programms präsentiert. Diese Sendung steht mit weiteren Episoden des WLC-Radios auf unserer Webseite zum Download bereit. Du kannst sie mit Freunden hören und teilen und sie als Anregung zum Bibelstudium nutzen. Sie sind auch wunderbare Hilfsmittel für diejenigen, die allein oder in kleinen Gruppen zu Hause Gottesdienst halten. Wenn ihr die Sendungen des WLC-Radios hören wollt, dann besucht unsere Website worldslustchance.com Klickt auf der Homepage oben rechts auf das WLC-Radio-Icon. Anschließend könnt ihr die Sendungen in eurer Sprache herunterladen. Auf der Website findet ihr außerdem Artikel und Videos in einer Vielzahl von Sprachen. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020